Klare Sache, Elfmeter. Wieder Timmy Simons, der Kapitän, macht es nochmal in Selbeck. Genauso ist es. 2 zu 0 für den Klub. 36. Minute. Ja, sie sind drin. Dann sind sie immer gut geschossen. Aber ich habe immer, ab dem Anfang meiner Karriere, als ich Profi war, da haben wir immer gut trainiert auf Elfmetern und das ist nur der Fokus auf Ball und Tor. Timmy's Lieblingsplatz in Nürnberg ist und bleibt das Stadion. Ich muss sagen, überragend. Man sieht jedes Spiel, auch wenn es nicht so läuft, wie man es gewünscht hat, dass unsere Fans immer Unterstützung bieten. Und das ist so wichtig als Fußballer und für die Jungen, die auf Platz stehen, dass wir Unterstützung haben. Und das ist überragend. Die Konzentration der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking geht jetzt voll auf das Spiel gegen Werder Bremen am Samstag. Ja, wir haben noch Szenen gesehen vom letzten Spiel. Und ich muss sagen, wie letztes Jahr hier, Heimspiel, sie haben eine sehr solide Mannschaft. Sie haben individuelle Qualitäten und ja, wir müssen aufpassen gegen Werder. KILL DIN KILL KILL